Servus Leute, heute habe ich ein paar Szenen für euch. Die erste auf Interchange und ich muss sagen, das war wahrscheinlich mit einer der härtesten Fights, die ich jemals hatte in Tarkov. Mein Helm hat ganze Arbeit geleistet, der Greenstim war am Start und meine Rüstung hat mich auch ordentlich gesaved. Und am Ende konnte ich irgendwie, ja, siegreich von dann entziehen, es war aber extrem knapp. In der zweiten Szene bin ich dann auf Streets unterwegs gewesen, mal wieder in der Nacht mit der AUG. Auch ein netter Teamfight und zum Schluss noch ein schöner, ja, Teamfight auf Interchange, ein kurzer. Und das war's auch schon, ein bisschen Abwechslung, Interchange zeige ich ja nicht zu oft, von daher habe ich die Szene da noch mit reingenommen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Was sind Spieler? Ich binieder. Was ist das? Das war's für heute. Das war der härteste Fight, den ich jemals hatte in den Tag auf. What the fuck? 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 Zwei. Einer rechts, einer links. Werde, der eine geht jetzt looten. Da unten könnte auch ein Skeff sein. Keine Fenster auf die Seiten. Von den Tüten sind denn das? Musik Okay. Er muss doch gehadet sein ohne Ende. Okay. so so schön gebetet hat ein bisschen zu lang gedauert so 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 Oh, boy. Oh, ich habe sie alle. Oh, ich habe sie alle. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.